Wir haben heute die Schale endlich mal in unser Museum hier mitgebracht und freuen uns einfach, Sadi und ich, dass wir jetzt auch diese Ehre hätten, jetzt hier die Museum zu besuchen und die Schale hierher zu bringen. Ich glaube, sie ist da, wo sie hingehört. Es war jetzt generell eine coole Erfahrung, hier so ein bisschen durch das Museum zu gehen. Man schwelgt da so ein bisschen auch in Erinnerungen von der vergangenen Saison und von der ersten Meisterschaft, die mit Bayern geholt hat. Ich glaube, es ist schon ein Riesenerfolg für uns persönlich, aber auch für unseren Verein. Und vor allem, wenn man weiß, was für ein schwieriges Jahr wir hätten. Und ich glaube, in der Winterpause hat keiner richtig mit uns mitgerechnet. Das ist einer der größten Titel, die man holen kann. Das spricht für die harte Arbeit für eine ganze Saison und für konstant gute Leistung. Und ich glaube, wir wollen da ansetzen. Wir haben am Prozess gestartet letzte Saison, konnten dann die Meisterschaft holen und wir wollen diesen Prozess jetzt einfach fortführen, uns weiterentwickeln und wieder voll angreifen. Und natürlich ist es ein Ziel, dass die Schale hier in München bleibt.